ich hab so krasse Fails gebaut gerade aber naja ich bin gestört jetzt hab ich noch 4000 scheiße ich muss zurück ja weil ich grad nicht da war fuck die Geschichte den will die Geschichte scheiß auf den Hedi scheiße der hat äh mein Geschütz down gemacht ok meinst du ist noch da boah sind da viele da ist doch eh genug Geld alter ich hab einfach nur reingehalten ich hab 1000 Punkte bekommen warte mal ich muss kurz was regeln brauche nämlich wieder ein Geschütz schnell schnell Kampfteam ist in 30 Sekunden in Stellung äh ach scheiße das Geschütz hört mal an den doch äh muss man da drüben holen ja alter wie viele Clay muss hier rumliegende ich hab mir das ich hab mir diesen Einsatzschild-Trupp geholt oh nice hol dir den auch mal hol dir den auch mal dann haben wir sechs Leute davon ja ich kann nichts holen ach so erst wenn die down sind abschießen ja ne später lassen ok einmal gerade drauf halten Alter ich setze das Geschütz noch nicht ein ich setze das Geschütz noch nicht ein down nice oh wie viele wie viele ich muss mir schnell eine Presse cover Alter mein Geschütz macht so viele Kills ich hab mein Geschütz noch nicht mal hingestellt ich hab mein Geschütz noch nicht mal hingestellt Alter komm hier hoch ja ich hab 10.000 noch was boah ich muss mir schnell eine Predator holen weil das ist jetzt die letzte Runde vor vor den Juggernauts oh mein Gott ich hab auch gleich eine Predator ich hab 15.000 ich hab beim letzten ich hab 8.000 noch ich hab fast keine Muni warte mal da ist grad irgendwas richtig fett hochgegangen und dabei hab ich äh wir müssen die dann wieder durch den Mittelgang anlocken und dann wieder ein Triple machen lass hier hinten bleiben lass hier hinten bleiben die sozusagen anlocken damit die hier spawnen komm mal zu mir komm mal zu mir lol Apfel komm zurück Delta und GGN komm 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 durch den Mittelgang mit komm durch den Mittelgang mit da wo bist du weil da im Mittelgang in Mittelgang ich will die anlocken ich will die doch anlocken machen Pass down wo ich kann mich beleben Abhauen Boah, der ist down Alter, mein Geschütz hält noch auf ihn drauf Scheiße, ich hab keinen Junker noch Da ist einer Nein Komm wir zurück Boah, der Pist ist doch im Weg, Hund, Mann Komm, komm, komm Ja, ja Wir müssen jetzt Okay, das sind die letzten Boah, das schaffen wir vielleicht Das schaffen wir vielleicht Das schaffen wir Das sind noch diese beiden Jugs Und ich hab noch selbst wieder Beliebung Das schaffen wir Einfach irgendwo reinhalten Hast du Flash, hast du Flash, hast du Flash Ich muss weg Nein, hab ich nicht Ich hab Flash Scheiße, ich konnte nur einen Bleib Ja, ich konnte nur einen ziehen Hinter dir ist einer Hol ihn, hol ihn, hol ihn, hol ihn, hol ihn Ja, ich hab ihn mit dir Ja, boah, leck mich ja lauter Stuhl Ich hab mich jetzt mal nie Ich hab mir jetzt auch das Eintatsschild Alter, das ganze Team ist weg Hol dir auch eins Ja, nee, jetzt nicht Boah, ich muss mir auch noch Geschütz holen Oder ist mein Geschütz noch da? Nee, eins ist weg Meins überlebt die ganze Zeit Ich hab meins fast am Anfang geholt Alter, das muss ich ja da drüben holen Ey, ich bin so verwirrt gerade Ich muss mir auch selbst wiederbelebt Ich hole mir lieber selbst wiederbelebung statt Geschütz Das ist wichtiger Leute, du hast doch genug Geld, oder? Ich hab nur noch 6.000 Lol Lass dich doch mal in Ruhe jetzt Alter, die klatschen mir schon wieder ins Gesicht Komm jetzt gleich mal wieder Ja, ich komm Ich brauch hinten Übershilfe Ich brauch aber Muni Ja, wohl, dann hab ich gar kein Geld mehr Ich muss rennen, ich muss rennen, ich muss rennen Boah Los Was? Oh nee, der ist einfach so frei Die halten jetzt ein bisschen mehr aus Oh, Heli, Heli! Alter, ich bin... Fuck, man! Aber die ziehen uns gerade. Na, glaub ich, wir links auch. Geschützbereit zum Einsatz. Ich hab jetzt Selbstwählerbelebung und Geschütz. Hast du mir Geld gegeben? Ja, so ungefähr 4.000 müssten es eigentlich gewesen sein. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Wieso, ich hab jetzt noch 13.751. Ich hab genug. Ja, jetzt noch 3.000. Ein Geschütz ist immerhin immer noch am Leben und... ...sneckt sie die ganze Zeit. Scheiße. Heli. Wo kann ich denn mein fucking Geschütz bestellen? Ja, pack das mal irgendwie so, dass es dort verteidigt. Aber hier weiter hinten. Scheiße. Down. Weiß, mein Geschütz ist immer noch am Leben. Scheiße. Mein Gott. Wenn die jetzt in dieser Angst Leute verkackeln, ich hab grad meine Selbstwählerbewegung ist gerade weg. Geht ein bisschen in Deckung, ich hab noch eine. LoL. Alter, dann steht der hinter mir mit einer Shotgun und schießt mich direkt. Boah, Junge. Alter, was geht da? Ich hol mir die FAD. So, jetzt komm ich ran. Alter. Die ist fast voll. Die ist voll. Nice. Was? Ich glaub wir einmal durch. Nein. 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 Ich hol mir Granaten. Okay, Flash hol ich mir mal. Alter fuck. Das ist echt anstrengend. Scheiße. Ich hab vier Granaten, vier Flash, zehn, C4, zehn Klaimers. Und ich hab, ich hab eigentlich alles. Ich hab eigentlich alles. Scheiße, er ist auf Nelly, er ist auf Nelly. Ich weiß nicht, wir sind hier gespawnt. Wir müssen zurück. Scheiße, geschützt, deaktiviert. Jetzt müssen wir hier irgendwie versuchen zu verteidigen. Oder uns wieder zurück zu kämpfen. Ich kämpfe mich zurück. Ja, ich helfe dich. Boah. Alter, wir müssen da hoch. Fertig. Ich muss weg, sonst ist meine Belegung weg. Fuck. Fuck, geschützt, deaktiviert. Ich renn weg, renn weg, renn weg, renn weg, Mann. Hast du Belegung? Mann, ist jetzt weg. Scheiße. Wir haben verkackt. Ey, das sieht euch eigentlich so die letzte Mal. Nein, wir haben noch nicht verkackt. Noch nicht. Ich komm so schnell wie möglich zu dir. Ja. Alter, meine Muni, die eine Waffe leer. Nice, 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 komm her. Schnell. Nein. Haha. Richtig nice, wie du alle gesnackt hast. Alter, ich hab 22.000 jetzt. Noo. Gib mir mal ein bisschen, ich hab übelst wenig. Ähm, warte mal. Alter, jetzt muss ich erstmal rennen und mir Belebung holen. Ja, das will ich mir auch holen. Erstmal kurz Muni für die Fahrt. Gib mir mal ein bisschen Geld. Ich bin schon dabei. Nice. Boah, ich hab jetzt hier irgendwie 6000 gegeben oder so. Ah, danke. Alter, jetzt kommt die Juggernauts. Lass es mal hier hinten bleiben. Oh, fuck. Ne, lass die hinten anlocken und lass dann durch die Mittellange hier und Predator holen und angehen. Ich versuche zu dir zu kommen. Ich auch. Alter, fuck. Scheiße. Hast du Belebung? Ja. Aber jetzt nicht mehr. Ach, ein Juggernauts. Ja, klar. Komm. Ich, ich, ich muss Predator holen. 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 Scheiße. Ich versuche hier Hilfe. Nein. Bin getroffen. Brauche hier Hilfe. Wir verkacken. Äh, ich hab noch Belebung. Hast du Predator? Ja. Warte mal. Bei mir sind zwei Juggernauts hier unten. Drei. Nee. War richtig viel auf jeden Fall. Ja, das schaffen wir nicht mehr, weil ich kann nicht mehr wieder blicken. Ach, warte. Eine Sekunde. Weg hier, weg, weg. Ja. Ja. Scheiße. Ah, schade, schade, schade. Das war nice. Das war nice, ey. Oh, fuck. So, ich würd sagen, das war's mit Überleben. Wir sind bis Angriffswelle 30 gekommen. Jo. Da sagen wir, wir schüss. Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.